Du hattest in deinem ersten oder zweiten Livestream davon gesprochen, dass man auf der Autobahn keine so starke Panik bekommt, sodass man bis zur nächsten Ausfahrt es aushält und nicht am Seitenstreifen stehen bleiben muss. Kannst du etwas genaueres dazu sagen? Also wie darf ich mir das vorstellen, dass ich Angst habe, aber es bei 120 kmh nicht so schlimm ist, dass ich es aushalten kann bis zur nächsten Ausfahrt, auch wenn es noch über 70 km sind? Und zunächst einmal finde ich Folgendes wichtig. Das hier ist ein Kanal, in dem ich im Prinzip ja eure Fragen beantworten möchte, mit Perspektiven aus meinen Erfahrungen und Lerninhalten heraus. Und es ist unheimlich wertvoll, wenn jetzt jemand wie die Kati hinkommt und sagt, das ist meine Frage. Das ist gar nicht so alltäglich, dass jemand in diesem Kanal auftritt und sagt, das ist meine Frage. Es ist ganz häufig so, dass eben ein Kommentar reinkommt. Ich habe folgende Probleme. Ich habe es ganz oft, dass Leute, Karl-Heinz aus Ouskirchen schreibt, ich finde dich übrigens scheiße. Das sind die Dinge, mit denen wir uns hier auseinandersetzen dürfen. Und es ist erstmal unheimlich wichtig, dass ihr in den Kommentaren, das ist für eure Situation wichtig, einfach etwas reinschreibt, wo am Ende ein Fragezeichen ist. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, es ist auch an diesem Beispiel hier gerade interessant aufzuzeigen, dass wir im Zweifel halt auch so ein bisschen daran arbeiten dürfen, Fragen, die gestellt werden, nochmal aufzugreifen und vielleicht etwas auszuformulieren, weil ich mit dieser Fragestellung hier vielleicht noch nicht so viel anfangen kann, sodass ich da eine konkrete Antwort geben kann. Ich würde das jetzt aber auch mal so aufgreifen, dass ich an diesem Beispiel mal ein Stück weit erklären möchte, wie wir da vielleicht generell drangehen sollten. Weil wenn ich jetzt so ein Beispiel gebe und auf der Autobahn Panik und stell dir mal vor, es ist nicht so schlimm, du kannst noch weiterfahren. Ich glaube, was die Zuschauerin hier meint, das geht ein bisschen in die Richtung der Linie, wo ich mal mit Befürchtungstabellen gearbeitet habe. Eine Befürchtungstabelle, die ich euch mal so als Formatvorgabe angeboten habe, ist also wirklich eine Tabelle mit verschiedenen Spalten. Und ihr könntet hingehen, in die erste Spalte reinschreiben, was ist das, was euch gerade in eurem Alltag belastet. In der zweiten Spalte könntet ihr euch mal diese Frage mit reinschreiben, ist das mein Ziel, dass das passiert? Natürlich nicht, aber es geht so ein bisschen auf den Zugriff. Hallo, stopp mal gerade vom Kopf her und denk nochmal darüber nach, das ist doch gar nicht das, was passieren soll. Das soll so ein bisschen Unterbrecher sein. Du kannst auch laut im Kopf Stopp sagen, du kannst auch generell deine Befürchtung aufschreiben. Das ist doch gar nicht mein Ziel, dass das passieren soll. So ein bisschen dieses Bewusstwerden da drin. Dann könntest du in der nächsten Spalte hingehen und sagen, was wäre denn eigentlich mein Ziel, was passieren soll? Und dann könntest du weitergehend auch hingehen und sagen, naja, mein Kopf macht ja immer erst mal Worst Case. Das bedeutet, meine ursprüngliche Befürchtung ist ja der Worst Case, was passieren könnte. Was wäre denn ein Middle Case? Was wäre denn ein Mild Case? Was wäre denn ein Best Case, was passieren könnte? Und je nachdem, was euch belastet, könntet ihr über diese Strukturen und auch hier nochmal in dieser Worst Case Abschwächen-Thematik euch nochmal eine gewisse Landschaft ja auch im Kopf aufbauen, die jetzt erst mal nicht unbedingt die Lösung mitbringt, aber euch vor allen Dingen nochmal davon wegbringt, den Automatismus laufen zu lassen, der ohne euer Eingreifen wahrscheinlich immer weitergelaufen wäre und hätte euch die ganze Zeit immer nur angezeigt, ja, wenn du auf der Autobahn Panik kriegst und bist gerade in einer Baustelle, wo du nicht ausweichen kannst, also da kannst du dich ja auch direkt in die Kiste legen und begraben lassen oder so. Und aus der Perspektive geht es gerade darum, dass ich euch prinzipiell ja Werkzeuge mit an die Hand geben möchte, mit denen ihr für euch solche Situationen schwerpunktmäßig nochmal sehr gut einfach eigenständig aufbauen könnt, eigenständig auch den Bezug finden könnt, an welchen Stellen setze ich hier oben durch mein eigenes Eingreifen in das Denken mit Limitierungen und mit Korrekturen letztlich an. Und dazu gehört dann auch, dass ich, ja, ich verteile ja keine Geheimnisse. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt was erfragen könnt und sagt, ja, aber Lukas, kannst du nicht mal sagen, so was sage ich mir denn in einer Situation, wo es mir wirklich schlecht geht und ich Panik habe? Kannst du mir das nicht verraten? Mir geht es auch schlecht in meinem Leben. Dann sage ich, na gut, also dir verrate ich es jetzt, aber bitte verrate das Geheimnis nicht weiter. Es gibt es nicht. Es gibt keine richtigen Affirmationen, die euch sagt und alles wird gut. Ihr könnt euch nicht ein Bild davon anschauen, wie ihr friedlich am Schlafen seid in der Hoffnung eure Schlafstörung verschwinden damit. Ich sage es nochmal, eine Schlafstörung ist ein komplexer Störungsmechanismus, der auf einer Vorgeschichte aufbaut. Könntest du jetzt ein Bild davon anschauen, wie du friedlich schläfst und das würde dann auch noch funktionieren, dann würde das ja in einem physikalischen Kräftemessen gegen die Vorgeschichte anstinken können. Wäre schon cool. Bin ich mit dabei. Struktur wäre aber, eine Stabilität, auch wenn sie negativ ist, würde durch einen mehr oder weniger oberflächlichen Trigger oder Faktor übertrumpft werden. Das wäre die Struktur. Jetzt stell dir mal vor, du erarbeitest dir in deinem Leben Stabilität und Wohlbefinden. Und dann kommt plötzlich dein Gehirn und sagt, ja, aber guck mal, was ist denn, wenn dir diese Kiste da passiert mit dem Unfall oder du hast einen Herzinfarkt und du siehst dieses Bild und kollabierst direkt. Du kannst froh sein, dass es nicht so einfach ist, eine Veränderung bei sich selber zu erschaffen, indem du dir ein Bild von dir anschaust, wie du friedlich schläfst und wie ist jetzt deine Schlafstörung los. Und das würde man, finde ich, hier auch auf eine solche Situation übertragen dürfen. Denn ich kann dir nicht sagen, was ist das Richtige, was du denken kannst, wenn du auf der Autobahn bist und hast das Problem mit Panikgefühlen. Ich kann dir aber sagen, wenn du so weitermachst wie bisher, wirst du keinen Unterschied erleben. Wir müssen also eine Ebene erschaffen, in dem wir flexibler, wohlwollender und mit Hingabe, also mit einer wirklichen Ernsthaftigkeit, diese Prozesse in unserem Kopf auch mal angehen. Das bedeutet, dass wir in einigen Punkten halt auch wirklich ins Machen kommen dürfen, was das konsequente Mitschreiben oder zum Beispiel auch Unterbrechen angeht. Also insofern würde ich euch anraten, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch doch noch mal das Video an zum Thema der Befürchtungstabelle. Ich blende es euch mal gerade ein. Das sieht unter anderem so aus. Ich helfe euch bei euren Befürchtungen und Sorgen. In dem Modell, ich verlinke es jetzt noch mal wieder in dem Telegram-Kanal auch, da könnt ihr euch ja mit einklinken. Der ist unten im Livestream immer verlinkt. Und wenn ihr informiert werden wollt, wann kommt der nächste Livestream mit online, da klebe ich euch jetzt auch mal gerade den Link mit rein. Und da könnt ihr euch dann quasi noch mal so dieses Prozedere anschauen, dass ihr so ein bisschen eine Formatvorgabe habt und euch eben selber dabei unterstützen könnt, wie jetzt die Cati an einer solchen Schnittstelle einfach mehr darüber herauszufinden, was ist eigentlich meine Problematik, wie kann ich an welchen Punkten mehr über mich selber herausfinden und entsprechend dort auch einen Zugang finden.